Bevor ich die Frage beantwortet, lassen Sie mich ganz kurz hervorheben, dass wir mit der Toplana Pirot bereits über viele Jahre eine erfolgreiche Zusammenarbeit haben. Das Ergebnis der Phase 3 sehen Sie hier hinter uns. Die Phase 3 wurde durch die Bundesregierung der Republik Deutschland finanziert und durch die KfW umgesetzt. Und die Aufgabe der Phase 4 wird es sein, den neuen Boiler in Wert zu setzen durch eine Verbindung mit dem früheren Inselnetz Zentraler. Ja. Prene što odgovorim na vaše pitanje, dozvolite mi da istaknem da sa Toplana Pirotu već dugin iz godina ostvarujemo iako dobru saradnju, između ostalog rezultat prethodne faze 3 našeg programa, vidite i za mene, a to je nova energiana Senjak, koja je financijana sa sredstvima Savjezne vlade Savjezne Republike Nemačke i realizowana preko KfW-a. Die Fortschritte der Bauarbeit in der Fase 4, die wir bisher sehen konnten, sind positiv. Das ist insbesondere gut, dass die Bauarbeiten an der neuen zu verlegenen Trasse bereits im Winter begonnen werden konnten. Die KfW-delegationen haben auch zwei Ingenieure und die ersten Eindrücke der Baumastnahmen sind positiv. In der KfW-delegationen haben wir zwei Ingenieure und die Angelegenheiten über die größten Arbeitsplätze sind positiv. Wir hoffen natürlich, dass auch die KfW-delegation eine Lösung finden wird in der nächsten Zukunft. Und wir hoffen, dass sich die KfW-delegation über die Nischung über die Nischung über die Nischung nachzudenken wird. Vielen Dank.